Mein Mann und ich sind mit Freunden hier in Urlaub geflogen und die Freunde verbringen hier ihren Silberhochzeitstag. Und ich kann nur für mich sagen, ich habe noch nie einen Finca-Urlaub gemacht. Sensationell würde ich immer wieder machen, weil die Finca traumhaft schön ist. Ja, wie gesagt, wir haben uns jetzt zu unserer Silberhochzeit gegönnt und sind echt wirklich total begeistert. Und ich sage einfach mal, dieses ganze Drumherum, dieses Ruhige hier oben, mit dem Blick auch ins Hinterland, mit dem schönen Pool, mit einem super Weber-Grill, die wir hier ausgestattet sind, wo man traumhaft grillen kann. Fantastisch für mich. Finca Jorca, dein Finca-Urlaub.